Ich heiße Teresa Mendoza. Ich komme aus Mexico. Aus kleinsten Verhältnissen. Nicht, dass man sich dafür schämen müsste. Aber lasst euch das gesagt sein. Ich war arm und ich war reich. Reich sein ist besser. Glaubt mir. Heute beherrsche ich das größte Drogenimperium der westlichen Hemisphäre. Man könnte sagen, ich bin der lebende Beweis dafür, dass der amerikanische Traum noch existiert und ich habe gelernt, ihn zu leben. Wie ich wurde, was ich bin, müsst ihr nicht gutheißen, ist mir egal. Aber überlegt euch genau, ob ihr mich verdammen wollt. Schließlich hattet ihr dank mir immer etwas zu rauchen für eure blöden Wochenendpartys oder ein paar Lines für eure beschissenen Junggesellenabschiede. Gern geschehen. Die Kunst ist allerdings, lange genug am Leben zu bleiben, um die Früchte der Arbeit auch genießen zu können. Und diese...